New Secret Layer Alert! Wir haben mal wieder was Neues. MagicCon Festival in the Box mit Mystery Booster 2 ab dem 19. August 2024. Das hier ist also mal wieder ein Festival in the Box. Fing vor 2-3 Jahren an und hatte immer Mystery Booster Displays in sich. Jetzt haben wir Mystery Booster 2 bekommen, hat Gavin Wurr hier auf der Gen Con angekündigt. Was da drin ist, können wir gleich nochmal in aller Kürze uns anschauen. Das Video heute geht mehr um diese MagicCon Festival in the Box, ob es sich lohnt. Aber wir können auch kurz gucken, was in den Mystery Booster 2 Displays enthalten ist. MagicCon Festival in the Box, ein Display, ein exklusiver Secret Lair Drop, Lil Legends mit Raya Dawnbringer, Over the All Form, Drana, The Last Blood Sheep, Lavinia, Azurius Renegade und Omnath, Locus of Creation. Es gab ja schon Lil Walker, Lilist Walker, Lilla Walker und jetzt gibt es Lil Legends. Die haben sich alle so entwickelt, dass sie ungefähr den Preis gehalten haben. Also den Preis gucken wir uns gleich an. Dann gibt es ein Promo-Pack mit einer Planes, Sorts of Places, Ponder und Convention Maro. Das ist eine Playtaskarte in Nonfall. Und dann noch drei Collector Booster. Kurz mal zu den Zahlen und Informationen. Festival in the Box Las Vegas 2024 ist ein Limited Quantity Product while supplies last. Das heißt, es kann wieder sein, dass eine digitale Warteschlange existiert und ihr nichts kriegt. Man darf maximal drei Einheiten kaufen. Das Festival in the Box kostet 249 Dollar. Wenn man so rechnet, 29,99 kostet bei uns meist 34,99. Sind wahrscheinlich die 249,99 sind bei uns 299,99. Also 300 Euro für das könnt ihr mal einrechnen. Es enthält genau das, was ich gerade gesagt habe. Und das hier sind die Karten. Und es ist halt dieser Lil Walker Style, Lil Legends. Rhea Dawnbringer, großer Kopf, kleiner Körper, super verniedlicht. Alle voll. Over the Allform aus Kaldheim. Drana, the last blood chief, kommt glaube ich aus Zendika Rising. Omnath, Locus of Creation. Auch aus Zendika Rising. Und Lavinia, Azorius Renegade müsste dann eine Ravnica Karte sein, weil da Azorius drin steht. Ravnica? Ravnica. Ravnica. Sorry, ich tricke euch ja immer, wenn ich Ravnica sage. Und eben Rhea Dawnbringer, der 9-Mana, 4-6 fliegende Engel. Diese 5 Karten sind in dem Secret Lair enthalten, was es nur in diesem Festival in the Box gibt. Dann gibt es noch 4 Promos. Und davon sind 2 auch schon bei Kartenmarkt gelisten. Das ist schon seit geraumer Zeit, weil die sind nicht komplett neu. Das sind Magic-Kompromos. Einmal dieses Plains, wo halt ganz viele Lotusblumen als Wolken rumschweben. Ein Sword to Plowshares. Mit einer Mischung aus Pinocchio, einer Ente und einer Pestmaske aus den... Und einem Holländer, der Tulpen sammelt. Irgendwie so. Tulips bring love into the world, I bring the tulips. Und eine Ponder-Schildkröte von Ivy Ryan. Secret Lair Promo. Auch non-fall, aber sieht nice aus. Eine Schildkröte mit 3 Möwen angekettet. Eine Pizza, ein Hotdog und ein Donut. Wild, aber wir haben jetzt mittlerweile schon alles gesehen. Dann gibt es noch den Convention Maro. Kostet ein beliebiges, ein farbloses, ein grünes. Und dann 2 farblose oder blau und 2 farblose oder rot. Legendary Creature Elemental Gamer. Whenever you cast a spell that in Klammern Choice A, create a green elemental creature token named Maro with this creature's power and toughness are each equal to the number of Choke B. Choke, nicht Choice. Oder Choice. Choice oder Choke. As you create your deck, choose an A and a B. A is an elemental. Aha, okay. Jungs, lest es euch selber durch. Das hier muss man größer machen, um es zu lesen. Aber, ähm, das sind die 4 Karten. Dann gibt es noch, sieht man das hier? Ne, man sieht es hier oben aber. 4, 3 Booster. Und zwar, Wilds of Adrenaline Collector. Lost Caverns of Excellent Collector. Und Commander Masters Collector. Wir schauen uns mal erstmal die Kalkulation an. Und dann können wir nochmal ganz kurz über diesen Artikel gehen, was in Mystery Booster 2 enthalten ist. So, hier haben wir es. Einmal aufgeteilt in diese 3 Bestandteile. Lil Legends. Gibt es nur in Foil. Kostet also auch nur einen. Also gibt es nur in Foil halt, ähm. Von daher brauchen wir die Non-Foil-Preise nicht anschauen. Rea Dawnbringer in Foil. Das sind 2,75 Euro Karte. Orva the All Form. Ist hier falsch geschrieben, aber ist hier egal. 6,99 Euro. Drana the Last Blood Chief. 2,60 Euro. Lavinia Azorius Renegade. 29 Cent. Und Omnas Locus of Creation. 10,80 Euro. Dazu muss man sagen, das sind jetzt die Kartenpreise bei Cardmarket. Das Ding wird mit 45 Euro im Kopf gerechnet. Einfach weil alle Vollstiegler es immer 45 Euro kosten. Also der Wert von diesen 23,93 Euro ist es wert. Aber der Preis wird trotzdem 45 Euro sein, wenn das Sinn ergibt. Dann haben wir die 4 Promos. Ähm, genau. Ponder, Sozoplausche ist Convention, Maru, Playtiskart und Planes. Und die sind Non-Foil. Und die gibt es bei Cardmarket eben schon als Non-Foil. Oder eben auch als Promo. Im Fall von Ponder und Sozoplausche ist. Convention, Maru, Playtiskart gibt es einfach nicht. Und die Planes haben wir uns andere Promos angeschaut. Und Ponder ist 1,50 Euro wert. Die Promo mit der Schildkröte und dem Pizzastück 41,64 Euro. Das wird natürlich nach unten gehen, weil die mehr verfügbar wird. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre sie dann 1,50 Euro wert. Sozoplausche ist eine 70-Cent-Karte. Und die Promo ist 21 Euro wert. Die Convention Maru, Playtiskart hat einfach keinen Gegenwert aktuell. Und Planes berechne ich immer mit 2 Cent. Und die Promo wird um die 5 Euro wert sein. Je nachdem, wie beliebt sie sein wird. 5 bis 10 Euro. Ähm, sind wir also bei Kartenpreis von 2 Euro, oder Kartenwert von 2,22 Euro. Aber der Preis könnte 67,64 Euro betragen. Ähm, weil die Promos eben deutlich mehr wert sind als normale Non-Foil-Varianten. Selbst wenn ihr das hier durch zwei teilen, ne? Seht ihr, sind wir noch bei 35 Euro. Und dann haben wir, ganz spannend, die Booster und Displays. Wir haben ein Mystery Booster 2, LCI-Collector-Booster, WOE-Collector-Booster und CMM-Collector-Booster. Kevin's of Ixalan, White's of Eldraine und Card Market, nein nicht Card Market, Commander Masters. Ich habe hier von bis, die Preise stehen und ich erkläre euch das auch gerne. Bei Mystery Booster 2 Display haben wir von 157,69 Euro bis 210 Euro. Es gibt nämlich Mystery Booster 1 und Mystery Booster 1 Convention Edition. Und die Convention Edition wurde sehr, sehr oft auch in diesen Festivals in der Box rausgeballert. Die ist nur noch, nur in Anführungszeichen, 157,69 Euro wert. Und die Mystery Booster 1, normale Version, 210 Euro. Am Anfang wird Mystery Booster 2 eher Richtung 200, 210 Euro wert sein. Aber sollten die auch wieder 3, 4, 5 von diesen Festivals in der Box tun und raushauen und Händlern Mystery Booster 2 Displays erst mal zukommen lassen, geht es hier Richtung 150 Euro. Die Lost Caverns of Ixalan-Collector-Booster gehen von 24,28 Euro bis 25,95 Euro. Und hier bei diesen drei Boostern habe ich so gerechnet, der Von-Preis ist ein Display durch 12,12 und durch 4. Und der Biss-Preis ist eben der günstigste Booster-Preis auf Englisch. 25,95 Euro. White Sofiel Drain ist ein Tick günstiger, kostet ab 20 Euro bis 21,89 Euro. Ich habe mich übrigens überrascht, erwischt, ja überrascht, erschrocken, dass Lost Caverns of Ixalan 290 Euro wert ist als Collector-Display. Okay, und Commander Masters sind wir bei 230 Euro, durch 4, weil da nur 4 Collector-Booster drin sind, 57,50 Euro. Und das ist ein Kracher, ne? 59,99. Also, die Booster und Displays sind von 260 bis 320 Euro wert. Alles zusammen sind wir bei 285 Euro. Machen wir mal Wert, Preis. 285 Euro wert. Der Preis wird um die 430 Euro da drin sein. Schwierig zu verstehen, ich weiß. Es kostet 300 Euro. Wenn ihr nur nach Kartenwert geht und günstigstes Display und Booster, ist das ein Verlustgeschäft. Aber ihr kommt an diese letzten Zeit anders nicht ran. Und wenn ihr eben denkt, das Display wird erstmal 200 Euro kosten, die Promos sind Promos und nicht normale Karten, sind wir bei 430,46 Euro. Ihr könnt davon drei Stück kaufen. Ist vermutlich ein ganz cooles Produkt. Und jetzt gucken wir uns nochmal ganz schnell an, was sind Mystery Booster 2. Das ist der Nachfolger von Mystery Booster 1. Und Mystery Booster 1, hier haben wir es, kam 2019. Und es sind 1649 Karten auf Equal Rarity gewesen. Also 152 Rares, 452 Uncumms, 1060 Cummins und 30 Mythic Rares, die komplett durcheinander da reingepackt waren, damit man einen richtigen Mystery Booster Draft. Also einen, wie sagt man, Chaos Draft oder so machen konnte. In einem Produkt. November 7, 2019. Dann haben wir jetzt den Nachfolger. Und Gavin Verhey hat sich mal wieder selbst übertroffen. Er hat den weißen Border, die Playtest Karten und auch den Future Side Treatment, also die Future Side Treatment wiedergebracht. Das persönlich finde ich tatsächlich ganz cool. Die gab es nur 2007 oder 2008 oder sowas. Dry It Arbor ist, denke ich, die bekannteste Karte in diesem Frame. Ja, das kommt dazu. Wieder halt etliche 1600 Karten vielleicht in gleichbleibender Rarität. Auch geile Karten. Letztes Mal war ein Demonic Tutor ja drin oder auch eine Mana Crypt oder Vault. Mana Crypt. Komet Stellar Pub ist aus Infinity. Cozyleck Completed ist eben eine Playtest Card. Und Future Side, ja, ist halt nur für den Frame da. Ähm, aber das wird in diesem Mystery Booster 2 enthalten sein. Und hier unten ist noch ein bisschen mehr. Jedes Booster hat die gleiche, den gleichen Aufbau. Über 1800 Karten. 10 Cummins oder Uncummins. Zwei Karten von jeder Farbe. Und da können schon Heavy Hitter drin sein, ne? Demonic Tutor von Uncummen. Eine Multicolor Artifact oder Cummen oder Uncummen Land. Eine Rare oder Mythic Rare. Und eine Future Side Frame Karte zu 60% Rare oder Mythic Rare. Zu weniger als 5% Future Side Frame Card Appear in Traditional Foil. Und weniger als 1% Foil Akon Alchemy Card. Eine Whiteboarded Card zu 40% Rare oder Mythic Rare. Und eine Playtest Card. Let's Demystify Mystery Booster. Ja, gucken wir uns noch ganz kurz die Treatments an. Okay, das ist wild. Das ist der Future Side Rahmen, der aus 2007 kam. Sword Supply Shares und Soil Ring. Ähm, Ursas, Lord High Artificer. Okay. Dann gibt's die Playtest Karten. Kommt zurück. Junt Em Out. Ever Since Color, The Symbol of Her Church. Es ist halt auch Quatsch dabei, aber dafür sind die da. Mox, Poison. Add one man of any color, you'll get two Poison counters. Oh, das wäre eine spannende Karte. Wenn's die wirklich gäbe. Und jetzt noch neue Karten. Three Cards will be joining Eternal Magic. Ähm, Mardu Outrider Goblin Gang Leader. Ja, okay. Und neue Karten. Alchemy Akon Cards. Das sind Karten, die es eigentlich nur digital gab, die jetzt auch als Karte auftauchen. White Border Reprints. Oh mein Gott, oh mein Gott, wie sieht das denn aus. Huch. So wie meine Haare, alter White Border hier. Ein Wasteland White Border mit diesem Frame hier. Wenn's wenigstens rumgehen würde. Aber hier unten ist halt ziemlich viel weiß. Und als Uncommon, okay. Und, äh, Uru Titan of Nature's Wrath auch an. Boah, das ist krass. Als White Border sieht's wirklich krass aus. Ob Uncommon oder Mythic Rear ist eigentlich egal, die sind alle gleich selten. Goblin Guide noch dazu. Dann gibt's noch ein paar Reprints from Across Magics History. Ähm, hier unten haben wir wieder das Planeswalker Symbol, um zu zeigen, dass es aus Mystery Booster ist. Über 1000 Reprints. Und. Wen ist interessiert? Hier sind Listen von richtig vielen Karten. Ich weiß nicht, ob es alle 1800 sind. Auf jeden Fall sind das hier, die wir uns jetzt durchblätternden, nur die Weißen gewesen. Schauen wir mal die Länder an. Ähm, Desert, Gemstone Mine. Gibt's irgendwas Krasses? Okay, wir gucken noch einmal kurz die Artefakte an. Collision Relic. Darksteel Ingot. Hängerbeck Walker. Nice. Phyrexian Walker. Schön, 0 Mana. Kletturen. Shuko. Shuko Reprint. Na, werden sie ein Bann vorher? Ich glaube, das sind nicht alle Karten. Das sind, was steht hier? Nur die... Adjusted Reprints. Die vorher als vorher kamen, wenn jetzt ein Reprint kommen. Okay, das ist doch die Liste von allen Reprints. Ja, also viel Spaß beim Durchschauen. So viel zu den Mystery Booster 2 und dem MagicCon Festival in the Box mit dem Mystery Booster 2 Display. Das erste Mal, dass wir es kriegen können, denke ich. Für mich dreimal bitte.